Ich möchte auf jeden Fall die Kinderbetreuung bedarfsgerecht ausbauen. Da zählt natürlich der Ausbau der Kindertagesstätte dazu. Das ist ein beschlossenes Projekt, das muss vorwärts gehen. Bislang ist dort kein Fortschritt zu sehen. Der muss jetzt vorwärts gehen. Als zweites die Digitalisierung, insbesondere der mediale Auftritt der Gemeinde, sei es einmal die Internetseite, die schwer überholungsbedürftig ist, aber auch die Social Media Präsenz, um die Leute einfach auch zu animieren, bei kommunalpolitischen Themen mitzuwirken und sich dafür zu interessieren und der Politikverdrossen ein bisschen entgegenzuwirken, auf jeden Fall auf kommunaler Ebene. Als drittes anschließend dahin auch die Bürger mehr beteiligen und auch direkter beteiligen. Den Ortsbeirat natürlich weiterhin beteiligen und nicht nur bei den Pflichtdingen, sondern auch die Bürger im Direkten beteiligen, im Gespräch beispielsweise bei den Radwegen dort die Leute, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, fragen, wo denn die Radwege benötigt werden. Die wissen es am besten. Das war's.